easy going ich treffe nicht naja das sind die wandelnden bettvorleger natürlich jetzt habe ich übersprungen tut mir leid es ist so warm hier drin in meinem zimmer dem wie wir befürchtet hatten die droiden hatten mehr waffen die bessere position und waren uns fünf zu eins überlegen doch wir hatten nicht mit den wookies gerechnet wir haben natürlich geschichten gehört aber nie neben ihnen gekämpft sie mit bloßen händen einen droiden in stücke reißen sehen sie waren großartig doch auch so war es selbstmord bis meister johann traf dann war es eine schlacht eine schlacht die wir gewinnen konnten ja und danach meister johann versuchen zu töten das ist nicht so nett und das sind drei minuten ok drei minuten müssen wir das halten ja das habe ich auch bemerkt ach da ist ein panzer schön dann können wir nämlich von hier aus schon mal den panzer erledigen bevor das uns zu nahe kommt gut er ist da und da sind ja überall diese diese wie heißen die magma wachen gern wo die sind hier wirklich überall oder so warte die die werde ich jetzt mal ein bisschen kaputt machen komm her hm hm komm genau so wieder ja 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 so noch eine 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 halbe minuten müssen wir es halten kommt es geht doch locker eigentlich mal sehen so warte wir können uns auch gleich da unten einsetzen oha was ist was sind es eigentlich für grüne dinger gewesen warte mal step okay ich weiß wie so die truiden absteigen weil die steps scheiße sind ja komm her okay mit der gewünschten höheren kd wird es natürlich nix es liegt aber auch einfach an dem an dem schwierigkeitsgrad hier kommt bleibt mal stehen danke okay da ist wieder ein panzer das kommt mir gerade recht um den anderen panzer kaputt zu machen okay zurück immer wieder gern wo ist denn meister joda jetzt eigentlich müsste doch da sein so okay nächster panzer wenn ein panzer down geht holt man sich natürlich den nächsten ist ja selbstverständlich so komm den mache ich noch da und dann beschütze ich da hinten alles kann ich denn dadurch nee schade da werde ich jetzt warte kann man denn hier das kaputt machen ja das geht sogar cool warte irgendwie ich hätte glaube ich nicht mit raketen ausprobieren sollen war jetzt vielleicht nicht das glückste was ich gemacht habe warte mal ich wechsele mal auf den typ hier sie haben die eskal... hey nein 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 du bleibst schön hier ich treffe kein stück na komm her okay gut den haben wir auch wie lange müssen wir das ach so ich muss ja okay ich verstehe die mission manchmal ein bisschen falsch wir müssen nach da oben okay ich glaube das ist auch nicht im interesse der truiden dass hier alles in die luft geht aber die sind nicht so helle würde ich jetzt mal sagen Gut mal sehen Die mission sollte eigentlich auch bald vorbei sein Drei minuten 30 müssen wir die noch beschützen Ja sie haben den uferdamm durchbrochen machen wir noch das tor unter ist noch eine gute idee Also ich persönlich ich finde es ist ein bisschen dumm aber man kann natürlich machen was man will Ist gar nicht so einfach so ein spiel zu kommentieren So noch drei minuten 40 Das zieht sich ganz schön Das zieht sich ganz schön Ne eigentlich nicht wenn du im weg stehst dann Es ist nicht mein problem Wenn ich jetzt noch treffen würde dann wäre ich ja nicht mal so schlecht Ach der war sogar schon down wie auch immer die das hinbekommen haben Jetzt bin ich dauernd Okay noch eine minute 50 beschützen Es sollte doch eigentlich gehen Warte mal Wo sind die denn alle da Schießt halt Hey komm der hat auf mich geschossen ich muss ihn töten oder Der kommt einfach zu mir her und erschießt mich von hinten oder Der ist gemein Na komm her Na komm her Hier noch eine minute Komm her mein freund Wieso kann ich die eigentlich umfahren Ja komm her Ja komm her Ja komm her Ja komm her Mein geschütz ist die ganze Zeit überlastet Kann das sein Ups Das war der falsche Ups Ups Ist natürlich Ist wirklich gerade keine Absicht Dass ich die falschen töte Siebzehn Sekunden kommt ihr Ihr macht es doch jetzt nicht wirklich kaputt oder Hey die machen das jetzt ernsthaft kaputt Haltet sie zurück Männer Jetzt rückt vor und jagt sie zum Teufel Ja gerne mein Freund Vor allem mit Yoda Die schonen wird er noch Ja mit Raketen Kannst du Meister Yoda nicht angreifen Ich bin ein kleiner grüner Zwerg und mach dich platt Kann ich denn Ich kann Die Spinne doch gar nicht kaputt machen oder Werf dein Laserschwert Ok der kann sein Laserschwert nicht werfen Und ich bin tot Mit Yoda Ok Das Ist eine Blamage Achso Ups Feind Kann ich denn Ich kann Ich kann hier ist wechseln Wenn ich Das eingenommen habe Auf Schwere Truppe Oder ich wechsle jetzt auf die schwere Truppe So Oder ich nehme gleich den Panzer Ist natürlich auch eine Idee Ok Ja ok hat geklappt mit dem Panzer Warte ich will den mal mit einer Rakete treffen So müsste es eigentlich gehen Ach egal weißt du was Ich Hasse Panzer Von wo aus denn Fliegt es denn geradeaus Ha getroffen Oh Hups Gut kommt wir müssen das jetzt mal einnehmen Ist natürlich blöd dass ich Yoda verloren habe Komm den kriegen wir down zusammen mit dem Buki Gut So wir haben es gleich übernommen und übernommen und zum nächsten Wir haben hier Kroiden Ja genau du dummer Scharfschütze da oben Ok Scharfschützen muss man mit Scharfschützen bekämpfen Das weiß jedes kleine Kind und deswegen nehmen wir den Klon Scharfschützen Und werden ihn da von seiner Und seiner Hacker Position runter snipen Das ging doch gar nicht mal so schwer Achso Der hat mehr Leben Na so Gut Der sollte auch nicht mehr da sein So das müssen wir auch eigentlich jetzt mal schneller übernehmen wenn hier so viele sind Es gibt ja leider kein Online Modus mehr bei ähm Star Wars Battlefront 2 Weil ähm Game Spy dicht gemacht hat Komm wir haben noch 47 Schüsse Meint ihr wir überleben das Mit dem hier Oh Ey das war No Scope Ding Das Das hat ein Like verdient würde ich sagen Und das nicht Achso im Laufen kann ich Ach im Rennen kann ich nicht ins Ziel wie ist ja ok Wusste ich nicht Hey komm den werde ich doch treffen oder Gut Komm Ja Ja Mann Aber ich hab den Punkt noch übernommen Also können wir uns da auch wieder einsetzen Oh Nein Ich geh dann mal Ich bin gar nicht mal so schlecht mit dem Sniper So da der mit seiner Spinne da hat sowieso keine Chance gegen uns So ist das dann ein Panzer Ne keine Ahnung Ist der frei Ah der ist frei Okay Hey die sind schon dumm die lassen hier einfach Panzer rumstehen Das kann man nicht wirklich als klug bezeichnen Nein Jetzt muss ich da schon wieder hinlaufen Äh wo Achso Okay Warte kann ich Hä der ist immer noch besetzt Bleib Stehen Er geht genau an in dem Moment aus seinem Snap raus wo ich auf ihn schieß Ist das Zufall Oder vielleicht auch nicht Wir haben glaube ich gar nicht mehr so viel Verstärkung Sechs Typen haben wir noch Wir müssen es jetzt schaffen So komm Easy Going Ich treff nicht So komm Ja Okay der ist tot Wir haben es gleich Die Hälfte ist schon übernommen Na Och ne Ja ja das habe ich auch bemerkt Komm lass mich Lass mich wieder einsteigen Ach hier hat es fast übernommen Komm gib mir den Panzer Ne ich will den Panzer nicht Ha getroffen 70 kill schon in der runde ist nicht so wenig Komm wir haben nur noch fünf Typen Wir müssen jetzt wir müssen das jetzt übernehmen Hey nein Hör bitte auf Na man 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 Hey es wird so knapp Wir haben noch zwei Leute mich und den Typ Und ich könnte wetten dass jetzt irgendein Idiot entweder ich oder ein anderer stirbt Und dass wir dann verlieren Bitte bleibt da Komm Du darfst nicht sterben Gut den haben wir Übernehmen 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 Komm 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 Oh Leute Wisst ihr wie entspannt ich jetzt bin Das hoffe ich doch Oh mein Gott das war knapp würde ich sagen Und damit verabschiede ich mich auch bis zum nächsten Mal Wenn es euch gefallen hat dann zeigt das mit einem Daumen nach oben Und seid beim nächsten Mal wieder dabei Wenn der Film vorbei ist Konnte die 501. die Linie gegen die Separatisten auf Kashik halten Wir gingen als Helden Jahre später sollten wir als Eroberer wiederkommen Denn die Linie gegen die Säge Ich bin der Film